moin moin leute euer blaine wieder hier ja ich war lange nicht da es tut mir auch leid es lag daran weil ich gerade meine theorieprüfung lerne für den führerschein deswegen auch gleich die ansage ja leute bis freitag werde ich keine videos machen ab freitag werde ich wieder anfangen gescheit videos hochzuladen aufzunehmen freitag um 10 uhr in der früh habe ich halt meine theorieprüfung es tut mir auch leid dass ich keine videos kommen ja dann hätte ich noch eine anliegen an euch ich wollte euch fragen kann mir jemand vielleicht von meinen abonnenten oder von der community ich weiß es nicht wer das ganze video sehen wird ein layout erstellen für youtube channel ja was für eine art von layout brauche ich wie soll ich sagen es muss auf jeden fall mein name drin sein also entweder toxik also es kann mrblaine draufstehen und toxik also beides das ist gar kein problem und es sollte ähm wie soll ich sagen das layout sollte so wie toxik aussehen also wie das bild toxik ist ja so gift also so gift grün sollte es sein ich wünsche euch viel glück ich hoffe es gibt jemanden der eins machen kann für mich das wäre echt nett von ihm was ich mir überlegt habe für das layout also wenn mir jemand das macht dass ich mal mit ihm ein video zusammen aufnehmen werde und auf youtube stellen werde egal ob css cod oder league of legends eins von drei kann er dann aussuchen ich spiele dann mit ihm machen video und lasst ihn auf youtube hoch gar kein problem ja das war es eigentlich soweit von mir ich hoffe ihr kriegt ein layout für mich hin das wäre echt cool von euch das war es eigentlich von mir wir hören uns dann am samstag wieder am samstag oder so ne samstag nicht wahrscheinlich erst am sonntag abend weil ich dann bei meiner freundin ja genießt das video viel spaß beim layout machen wenn jemand eins macht wünsche ich euch noch einen wunderschönen wundervollen dienstag euer blaine jo